guten morgen meine lieben pokémon freunde wir haben donnerstag den 24 dezember 2020 zeit für ein türchen ich wünsche euch allen auf jeden fall jetzt schon ein ruhiges besinnliches fest wahrscheinlich schön allein zu hause hier wird auf jeden fall dann müsste hier jetzt auch eine lego die ganz groß kommt genau das heißt es war der letzte also kommt davon aus hätte ich ja da eingelegt damit ich weiß man zu ende ist das gleiche muss ihr seht ich habe ein paar aber nicht mehr von allen wie farben schock und gar nichts aber hier sind noch 36 sonne und mond nach den flammen booster die ich gesammelt habe das wird wahrscheinlich meinen silvester special 36 malnacht und flammen so wir fangen hier mit an den letzten es waren nicht viele hits bei den jungs dabei aber die waren echt gut sehr gut insgesamt auch nicht viele hits meine muss überlegen 24 96 booster fast 100 stück und bis jetzt waren es ich glaube 13 17 17 insgesamt so schauen wir mal was haben wir dann hier von psycho an das trompeg kann noch nie mal sein ich lasse es in reverse und ein turkissen v noch mal ein hit von den buddies von denen habe ich checkt meine videos zwei trainer full arten eine amazing rare und ich glaube eine goldene dabei und zwei v karten ja gucken wir hier weiter verstehen schon gezeigt hatte ich schon ich kann damit nichts anfangen hier was gleich so kann nichts passieren 12 12 22 sind 20 22 blatt energie zu gewinnen tentantel von die fraß jetzt ist wieder unscharf von die fraß pico chiller lampi das glibunkel galamauzi hocklo sense act in reverse und oh wow ein regirock noch ein hit nix ist schlecht nix ist schlecht gefällt mir zacki haben wir zwar alles schon kommt in die tausch und verkaufe kiste aber noch nicht so fängt der heilige abend doch schön toll an schon früh morgens gleich 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 doch aus und nicht vergessen wir haben ja noch hier ja ich habe schon feiern verfluchte schaufel legios mebrana sich noch nicht vingol smogon bronze donarion in reverse und ich fasse es nicht rifex nv heutes heutigens scheint gleich noch den vorweilen ihr wisst ihr habt die letzten hier clash und flammende finsternis da sind etbs drin ttbs top trainer boxen das hier müsste noch die letzte aus einer top trainer box so früh am morgen und schon die feuerwehr ist halt berlin steiner nicht kampf multi pot jangglut wir scheinwald wir waren nicht so schön drinnen hippopotas goldbit eneco capono pummelhoff dummisel in reverse und despathos in polo schön drei zeiten ja wie gesagt wir haben ja noch ein frohes fest ich war am ersten tag als es ankam so aber nein ich habe zugelassen ich habe auch nicht geschmuggelt ich dachte ich lass mir die überraschung so erst einmal weg des chips hammer machen wir sofort auf nein genau sofort auf eigentlich wollte ich es nicht mehr aufmachen deswegen es hat mir nichts gebracht wir gucken einfach mal auf jeden fall erstmal dickes fettes dankeschön für den buch so mit oben drin für den extra booster energie trainer hopp der weg tini maschak und ratitox klunket galasig sagt das hier war meine letzte reverse karte die ich noch gebraucht hatte die hier ist jetzt ist es in reverse nein das war hier habe ich mir gekauft für viel geld egal das inferno port in reverse und die oma trotzdem hammer hammer geil gefällt mir danke schön und jetzt schauen wir was wir hier haben 1 2 3 und zack frohe weihnachten sascha und dennis cool da zwei karten drinnen das ist eine optische täuschung da sind zwei karten drinnen jetzt muss ich auch mal gucken eine optische täuschung meine augen spiel verrückt aber das ist schon mal geil das mal richtig hammer ich bedanke mich ganz herzlich kommt einen schönen platz hier mit auf meiner ja jetzt zurück kommt ein schönen platz hier wieder oben in meiner armen galerie haha ja obwohl echt das hier so wie sie ist zum letzten mal habe ich werde umbauen mal gucken ob es euch auffällt ich bedanke mich auf jeden fall fürs zusehen habt ein schönes fest seid lieb zu euch und euren familienmitgliedern ihr habt nur die eine familie bis demnächst bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal